Wie motivieren Sie sich? Was können Sie der Jugend sagen? Naja, so ganz jung bin ich nicht mehr. Das heißt, wenn die irgendwann mal Kinder kriegen, wie ich es vor 19 Monaten getan habe, ist das eine totale Motivation. Manchmal geht es mir ein bisschen zu früh los. Also wenn der Kleine mich schon um 5 Uhr morgens weg, dann gibt es schon oft die Tage, wo ich denke, boah, ohne drei starken Kaffee geht es nicht. Aber das ist die total tollste Motivation, die es gibt.